Musik Hallo Freunde des nicht attraktiven und doch allseits beliebten Volkssport Äh, toller Sport, Sport ist Mord Und damit sind wir auch schon beim Thema Dead by Daylight Heute hier, es geht weiter Da ihr die letzte Folge ja so geliebt habt Da hab ich gesagt, auch mal noch eine hinterher Ha, ha, ha Und auch hier, Mauli McMauli ist hier Hallo Jawollsen, und das liebe Flecki Genau Ja, war mal letzte Runde, war mal ein bisschen, dass der Killer nicht mal irgendwo sagt Äh, äh, naja komm, weil ihr der letzte bist Habt euch ein bisschen angestrebt Kommt, kannst du mal machen, kein Problem Gönnt's dir Nö, ich bring einfach mal alle um Naja Obwohl man tut, was man kann, ne Aber so ist das nun mal Also wenn ihr nächstes Mal mitspielen wollt Gerne Nicht mal jetzt Aber welcher Killer kann's sein Als Mord und beschissene Krähe Jeder hinten will Ja, das bin ich Bin der alte Sack Versteck dich im Schrank Oh, nee, schon wieder Alter Kacksack, ey Ja, Blacky ist nicht da Und den kriegt er sofort als erstes Hab gesagt, versteck dich im Schrank Ach, ja Der nimmt dich ja gar nicht Äh Doch, jetzt Ist der Geist, ne Direkt auch ein bisschen Haken in der Nähe Wer denn der von mir schon wieder malen Weil du leicht zu haben bist Die nächste liegt Oder ist an einem Schrank Nein, nein, hinter mir Lauf doch, du Krüppel Ich hab mal ein bisschen Zeit verschafft Wegen der scheiß Palette Ach, jetzt könnt ihr wieder herkommen Der geht in eine andere Richtung Der geht da Richtung Virus Wo Virus hin ist, glaube ich Oder? Keine Ahnung, oder der andere Nein, scheiße Ich wusste das von der anderen Seite Aber sonst kann ich mich auch nicht umdrehen, ey Du Grottenolm Hier hat die Palette runterschmeißen Na, aber keiner da, ey Ah Hätte genau die Palette umschmeißen können Genau hier hat er mich gehetet Ach, da geht zu dem, der da liegt Hol mich hier runter Beide laufen da rüber Also ganz schlechtes Timing Renn, Renn, Renn Renn, Renn Ja, ich rennen Renn, 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 Renn Ich kann grad nicht, sorry Okay Renn, hier, haltst du mich mal Ach, ja mach Kommt der zu uns? Nee, er hängt auf Äh Ich seh ihn nicht mehr, oder? Na, der hat den anderen genommen Ja Die Frage ist, zu wen ist er unterwegs? Kommt zu uns Hau ab, hau ab Ich hol das Ding mal runter hier Go 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 ach fick dich hab generator faxen dicke dieser dreck ja ja Virus bist du bei Maury? In der Nähe Ich seh nur nicht wo er hin ist, der Geist Irgendwer ist bei mir, aber Wo ist der Geist denn hin? Der macht Gott nix, oder? Doch, jetzt komm doch Glaubst du wer dich gerettet hat, Mensch? Ich rede noch mit dir und du sprichst nicht mit mir Ist das nicht der jetzt hier am Generator sitzt? Ich Hör den schon wieder Mach ich sehen Ich bin da jetzt nicht in der Nähe, ich saboniere grad einen Haken Wo ist die, wo ist die, wo ist die Wo ist die Klappe bringt ja nix Muss immer zwei Generatoren gemacht werden Ich komm jetzt zur Viren Ist da jemand in der Nähe von dem Haken? Wer ist hinter mir her? Ihr könnt ihn runter holen Wer ist denn eher da nix? Vielleicht kommt Mühls, wird weg Vielleicht kanns noch probieren Scheißdreck Nein, ist hier keine Palette, alter, mann Ach ja, wirklich So, komm Ab, ab, ab gehts Der Virus redet nicht mehr mit uns Jaja, doch Doch Ja Aber er spielt noch Jaja So und du bist natürlich auf der anderen Seite der Map Ja Ich bin eh gleich tut Ich muss jetzt kämpfen Ja Oder auch nicht mehr Ja So Jetzt rede ich auch wieder Ganz toll Ja Ich war grad auf dem anderen TS Weil die Akare mich an Angenuschelt hat Ach so Hört mich verfolgt er zum Glück jetzt nicht Jemand anders der da hergerannt ist Wir sind Irrer Tat sein Jochen So ein mir hinterher, also Okay, alles klar Jetzt nicht mehr So Hört sich hinter mir Der kriegt nicht Teller rum Ja Ja Gut Ja Ich hab nix verstanden, alles gut Ich bin schon tot Alles gut Nicht, dass ich das toll finde, aber Das ist eine Okay, ich bin ja Ja Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Fortschritt okay Ich bin ja ja genau ich renne vor ihm bin ich am saften wie ein schwein wir sind leider nicht genug haken sabotiert worden nein ich habe die Haken nicht mehr sehen sie sind nicht mehr die Haken sie sind wieder ok ich kämpfe hier der haken ist immer noch runter alle fünf minuten oder so regeneriert sich der glaube ich das ist behindert ist das was ich dann ich habe gesagt bin gerade in der aufnahme wenn es wissen willst du musst diese fragen ja 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 Spannend, spannend, spannend. Mein Megaspannend. Er holt dich mal die Palette, oder was ist das denn für ein... Doch, die Palette ist unten. So. Für die Aufnahmen, Palette. Arsch der Welt. Na toll. Wir suchen gehen. Hab sie. Ja, das ging schnell. Steh direkt davor. Hahaha, und er war auch schon hier, die Sau. Wuhuhuhu. Boah, guck mal, bis hin zum Anschlag, Alter. Wuhuhu. What the fuck? 24. Wow, bin ich gut, ey. Huuu. Aber wieder eine gute Runde vom Killer. Kein Camper. Das ist... Das ist... Beautiful. Ja, Freunde. Wir sind jetzt hier bei Dead by Daylight. Weiter geht's. Ach, nicht schon wieder Hattenfield, Alter. Aha. So, die... So, die... Wenn die... Wenn die quietsche... Wenn die das mal auf zu blecken hört. Ach, Quatsch. Wenn die Akaria das mal auf zu quietschen hört. Alles gut. Ich hab aufgehört. Das ist schön. Das ist eine Wohltat für die Ohren. Oh. Ja, meine Freunde ist geil in YouTube-Sports. Die Akaria hat ihre Prüfung gehabt als Malerin. Mal gucken, ob sie das bestanden hat, aber das erfahren wir erst beim nächsten Mal. Und jetzt willkommen hier bei Dead by Daylight, die liebe Akaria, jetzt mit vier Leuten. Grüße dich. Grüße. So, und das wunderprächtige, aber doch nicht absolut graziöse Tier, Mauli. Hallo. Und das dreimal ums Fiechtum gefickeltes Hühner-Arsch-Getriebe, Blecki. Ja, hallo. Ja, hallo. Alle kriegen positive Begrüßungen und sie, lecklicher Marsch. Ja, so muss das immer. Verdammt. Fick der alles wieder. Kann man jemanden anderen Generator sprengen lassen, damit er nicht hierher kommt? Äh, nee. Ich weiß es. Ist das wer ein Killer ist? Nein, noch nicht. Ich hab auch keine Ahnung, ich hab beide Ausgänge vom Keller im... Ah, Michael! Boah! Da fisch mich erschrocken! Sorry, da ist der noch mal neben mir! Wer ist es? Michael! Und ich fliege. Äh, ich hab's geschafft. Kann man jetzt Pfeffer hochkriechen? Ja, kann man. Oh, Mann. Ich stand grad... Ich war doch grad gegenüber in dem Haus drin, ey. Oah! Ich hab mich so erschrocken, dass man auf einmal neben mir vorliegt, der kommt auf euch zu, ne? Ja, das ist... Das ist dieser Scheiß mit Michael, ey. Ja, ich fand so... Den... 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 Den Kill haben sie echt perfektioniert, ey. Ist er in ihrer Nähe? Ja... Ich ja! Er geht jetzt in Richtung Haus mit dem komischen Chevrolet davor. Er kommt wieder. Danke, Blacky. Mein Gott! Ja, der dann noch getötet wird, ne? Ja. Ah, läuft der hinterher. Boah, wie gesagt, ey. Ich hab nur ein Schecken gekriegt, wo da grad neben der Stadt und ich hab aber... Ich sag nur noch ein besser ausgucken. Die hört man ja nicht. Das ist ja das Blöde. Ich sag wirklich nur noch ein besser von der Seite. Ich hab gleich den ersten Generator und fertig. Ja, schön. Ich kann... Ich geh erst garantiert nicht nochmal in den Keller. Ich geb's auf. Ich hab eine andere. Im Keller war ich schon. Ich bin in dem Haus. Im Keller. Ja, mein ich ja. In dem Haus vom Keller. Da geh ich nochmal rein. Da hab ich dann Michael's ja gekriegt. Obwohl ich beide Ausgänge im Blick hatte. Und der... Judith... Ja, wo bist du wegen Heilen, halt? Äh, irgendwo hinter einem Haus. Jetzt ist ein angefangener Generator. Irgendwo hinterm Haus. Das ist mir egal, ey. Da ist ein Generator, ja. Hinter einem Haus ist ein Generator. Uh. Im Keller. Das ist ein Generator. Hier bin ich gerade. Ah! Oh, das ist weit weg von mir. Hoffentlich ist einer von euch in der Nähe. Ja. Er rennt mir hinterher. Äh, ich, äh... Versuch mal wegzuschießen. Ich mag Michael nicht. Ich hab da immer... Der lässt immer meine Pumpe hoch. Ist der weg? Ah, Karja, ist der weg? Ja, der ist weg. Er hat Mauli jetzt. Er rennt mir immer noch hinterher. Liegst du denn, Alter? Immer noch da, wo ich vorhin gelegen habe. Hier. Ach, Michael... Ach. Oben und Michael vom Haus. Ich seh's. Er hat sich jetzt aufgeladen, oder ist das gerade vorbei gewesen? Er hat sich gerade aufgeladen. Er hat sich gerade aufgeladen. Er geht ins Haus. Achtung, er geht ins Haus, Michael. Ja, ich bin rum. So, ich geh jetzt aber hier weg, weil der Generator wird mit Sicherheit gleich wieder gecampt. So, ich mag Michael nicht, der ist so eklig. So. Bist du runtergekommen oder hängt er dich jetzt? Nein, er hängt nicht jetzt. Wo? Hängt er dich hin? Euch. Ich bin bei ihm in der Nähe. Ja, ich auch. Nicht alle auf einmal, hallo? Er wartet im Haus drinnen. Er ist am Publikum. Sieht er mich? Keine Ahnung. Ich kann jetzt einfach in die Uhr liegen. Der Herzschlag, er kommt auf die Straße. Egal, ich hole ihn da jetzt runter. Ah! Virus war schneller. Nein, weg weg. Virus ist ja auch ein Profi. Ja, genau. Der spielt da schon ziemlich lange. Hallo. Hallo. Mit der Nähe Polizeiwagen. Bitte zum Heilen vorbeikommen. Generator hier. Ja, Moment. Ich bin da. Warte, 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 warte. Komm, komm, komm. Oh, oh. Mini, 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 mini. Ich kenne das Interview. Ah! Du blöde Schlauchboot. Ich hasse diesen Fehler. Ich seh so. Ja. Oh, und ich hasse diese Graben hier auf dieser Map. Geben bleibt. Ah. Wer ich? Ja. Okay, komm her. Ja. Nee. Hm, 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 hm. Fängst du Virus? Ich bringe dich eigentlich hin. Ja. Das Spiel ist merkwürdig. Man wird's dunkel in dem Spiel. Man wird's wieder etwas heller. Ach, er kommt. Oh. Ja. Links von mir weg. Er hat ja jemanden gesehen. Ja, das bin ich. Ja, lauf doch in die andere Richtung. Damit die Leute zu mir kommen können. Du läufst, das bist du besoffen. Wo ist Merkel? Äh, hinter mir ist man... Er verfolgt sie nicht. Er bleibt bei mir. Er verfolgt nicht. Er sieht... Nein, er verfolgt dich nicht. Er bleibt hier bei mir. Okay, dann hab ich ihn jetzt gerade... Er steht hinter mir irgendwo an der Lampe da. Ja, äh... Ich bin in dem Haus gegenüber von Virus. Also, falls da wer kommen will. Ja, er ist immer noch hier. Er kämpft mich in so einem großen Umkreis ab hier. Er geht hinten ins Raus ran. Jetzt, 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 jetzt. Er kommt wieder. Achtung. Er ist hier. Ja. Sorry, ich muss... Ja. Blacky, komm mal eben bitte. Ich will mal geradeaus laufen, Blacky. Der ist hinter mir her. Ja, ich kann jetzt noch zuerst. Ach so, ja warte, dann hebe ich hier muss auf. Ja, ja. Ich tun weg... Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich bin doch schon weg! Ja, jetzt wichst die hier. Ja, ja. Und der, das bin ich gar nicht. Das ist Mauli. Ja, der kann auch nicht hören, ey. Ich sag, hau ab, dann hau doch ab! Himmel, sagt Zement noch mal. Ihr müsst hören, wer die was sagt. Wenn der sind bei euch, dann rettet euch wenigstens. Gute. Ihr was holen. Weg! Er ist wieder hier. Du bist also mit, mit, äh, jetzt! Die andere lässt er jetzt, 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 jetzt! Ich bin da rein! Meine Güte! Reinig! Ja! Das muss schneller gehen! Oh, scheiße! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Hau ab! Oh, ich wollte gerade, ich wollte gerade hin runterholen! Ja! Er kämpft da wieder ab, dieser büssig schissene Drecksack! Ja! Wer, wer macht hier jetzt Lockvogel? Nein! Er steht gleich rechts! Er kommt von hinten! Hinter dir ist er! Im Latte! 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 Und! Ich glaube, ich wird sterben! So? Ah, Schett, ich liege! Ja, ich hab Lockvogel gestürzt! Dies ist ein scheiß Camper, weil er weiß, dass wir vier zusammenarbeiten! Weil er weiß, wir sind... Kann mir jemand helfen? Der ist immer weg! Ich krieche weg! Ich krieche weg! Ja, ich bin schon unterwegs! Ich kann auch... Hoffentlich hast du... Hoffentlich hast du dich geheilt! Ne, hast du nicht! Ich hab nicht! Ich wollte in Richtung Haus kriechen! Boah, diese Handwerker, ey! Ich krieg so langsam... Ich krieg schon einen Hass auf diese Leute, ey! So, erst mal weg hier! Komm mal hier rüber! Ja, all gut! Ha! Lauf! Lauf! Geh weg! Geh fetzen, ey! Oh! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Er ist... Nein! Du Nutte, du! Hermel! Ich hasse diesen Drecksack! Diesen Scheiß-Killer sollte man echt aus dem Spiel verbannen, ey! Decky, wo hängst du? Ich verstehe dich! Ja, ich häng jetzt! Auch! Wieder! Tot! Bitte mal ein paar... ...und jetzt sofort! Nicht um dich zu... Bäh! Geil! Wie Michael Myers hab ich so einen Hass! Er ist bei mir, der zieht wirklich ab, gell! Er läuft durch die Straße! Er läuft durch die Straße! Ja... Jetzt ist er wieder bei mir! Geht mich doch nicht! Ich... Ich... Ich mach Lockvogel! Mauli holt mich runter! Fertig! Wenn ich sterbe, ist es halt zu wild! Ich würde sagen, ich sterbe eh gleich! Ich mach... Ich bin ganz in der Nähe! Wo ist Michael? Ich seh ihn gerade nicht! Es war so knapp! Es war so knapp! Er verfolgt ihr jetzt! Heise! 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 Ja, er verfolgt mich! Ja, soll er doch! Da kann er sie doch heilen! Ja, er hängt mich hin! Ja... Passiert halt! Der Killer ist halt nicht schlecht! Ich wägel! Brauch ich eigentlich gar nicht machen müssen! Weg, 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 weg! Geht, weg, geht, weg! Geht aber so, dass ihr sehen könnt, wo er ist! Am besten auf der Straße und Richtung Haken gucken! Mauli! Er ist noch hier! Er ist noch hier! Er steht hinten an der Mauer! Hinterbaum! Ja! Lass mich sterben! Ich kennste jetzt noch! Okay, 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 okay! Bin hinter dir! Nee hinter Blacky ist ja ganz auch da! Blacky! Wie gesagt, lass mich sterben! Rück dich! Ö... Gruset! Okay, so, er sucht euch jetzt! du musst auch laufen drücken nicht nur sagen weg wollen die luke sucht die luke wie oft hast du schon einmal einmal ja es wird nur noch black jetzt ganz jetzt die luke so nicht rennen gehen gucke die richtung du hörst doch du hast noch probleme beim laufen ja das mit zeitwärts laufen das müssen wir noch ein bisschen und umgucken das muss ich noch ein bisschen lernen da musst du schwer daran arbeiten er hätte auch so oder so gesehen auch wenn jetzt gerannt wäre es oder nicht denke ich mir so gelaufen dass ich hätte gesehen alter verwalter so du scheiß nur er hat nicht mal perks drinnen gehabt aber hat er gekämmt diese dumme drecksau ja freude wenn euch diese hat aber hat aber herzlich gefallen hat dann würde ich sagen da schaltet doch beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt dead by daylight mit der verrücktesten crew ever suckfighter auf drum was geht ich würde sagen das war der liebe akaria ja das war dessen liebes rindchen und das hat aber herzlich mauli dankeschön stöpen honor Typ typ deutsch 우리 deutsch deutsch borg